Also ich gestehe, ich hatte ein bisschen Probleme mit dem Alter 60. So habe ich also kurz vor meiner Pensionierung mich angemeldet im Fitnessstudio. Und ich muss sagen, es hat mir so gut gefallen, dass ich geblieben bin. Ich habe dann mit dem Programm ganz allgemein begonnen im Fitnessstudio. Ich habe das Glück, in diesem Fitnessstudio gute Betreuer zu finden, Trainer, die wissen, was sie tun. Und ich freue mich eigentlich auch auf verschiedene Trainer, weil ich genau weiß, die Leute haben Ahnung. Und der eine oder andere gibt sogar Ernährungstipps und weiß, wovon er redet, denn er nimmt diese Ernährung auch zu sich. Also ich möchte fit bleiben und das, denke ich mal, habe ich ganz gut erreicht. In der Gemeinschaft mit anderen im Studio sich zu quälen, das ist das, was mich interessiert.